ich mir doch schon ganz gerne welche holen ist das großwild was wir hier was ich hier gerade noch gesehen hatte weg baby weg und die wie ganz weg naja ist okay hier ist okay hey komm kommen sie her how croft was machen sie denn da so ok da runter das bringt mir wenig bringt mich wirklich was denn ich will ja darin will ja darüber so lassen wir uns hier mal sachte fallen so damit so wie kommen wir hier hier ist erst mal eine höhle der mensch nach der wolkshöhle hier 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 her hier 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 typ jetzt zwar nicht jemand aus einem tier zwei fälle rausschneiden kann aber offenbar funktioniert das irgendwie mittlerweile voll das ist gut und dann nehmen wir hier noch ein bisschen magnetite oder sowas und wieder zu euch heißt mit einfach mal was können da sitzt noch ein wölfchen rum der mensch ich hatte ich total übersehen nur gut dass die musik nicht auf dich aufmerksam gemacht hat jetzt hättest du mich noch hinter rücks angreifen können ich schau mal nach die beiden werden dann noch erledigt sehr gut habt ihr so ein taschentuch und eine mutter gut da will ich hoch da will ich hoch und da so und dafür suche ich einen wege irgendwie nichts aus als will ich von hier aus weiter hochkommen im taktik funktioniert auch nicht schade vielleicht ich habe es gesehen ich habe es gesehen es geht nicht hoch und und dann da erstmal rüber zu kommen da wäre ich auch super das muss man ja auch erstmal sagen da gibt es seit oder nach oben nach oben ist nicht also jetzt zur seite so jetzt schon jetzt hier einmal durch glück ist lara schlank im gegensatz zu mir und hier habe ich nicht gesehen los keine breiteren pfade die haben die das ding hier hochbekommen erstmal hier dinge ausschalten und dann wollen wir schon darüber hier ist noch mal ein herausforderungsgrab das gucken wir uns doch auch direkt mal an weil wir es können das bekomme ich noch nicht runter dafür bräuchte noch seilpfeile die habe ich nicht aktuell gut das heißt später darf ich später noch mal wieder kommen das war ein toller hinweis dass hier jetzt hier steht naja so mach mal ein bisschen zeug hier ist ein bisschen zeug und man hat das ding mal kaputt ich hoffe du hast mein letztes band erhalten mir macht es immer mehr spaß diese nachrichten für dich aufzunehmen er sagt dass ich ab und zu bücher und papiere beiseite legen soll um mich daran zu erinnern warum ich das alles tue und für wen ich weiß du hast es wenn ich weg bin aber es wird sich auszahlen alles wird sich auszahlen ganz liebe grüße von mir sei fleißig in der schule ich weiß du dachtest du tust es für mich aber es hat sich damals nicht so angefühlt aber so lernte ich unabhängigkeit für mich selbst zu sagen eine wichtige lektion wie man sieht ich glaube ich nehme mir doch die größere tasche für ressourcen einfach um mehr scheiß mit mir rum schleppen zu können ich glaube das ist ein guter plan ich wollte ja noch einmal schnell reisen und zwar wo war denn das wo wollte ich ihn hin sagt mal hier zum holzweiler lage macht sich mal auf den weg ich wusste dass das so lange dauert wäre ich selber gelaufen wahrscheinlich auch wahrscheinlich mindestens genauso schnell gewesen naja du bist du da haben sie es geschafft sind offline alles erledigt wir haben nicht viel aber wenn sie mit uns kämpfen können sie das hier benutzen mit uns kämpfen können wir jetzt erst mal das ding hier öffnen wir haben jetzt alles für die halbautomatische Pistole ja Mensch alles ja toll die halt deutlich weniger Schaden macht als als der Mondschatten nicht dass ich Handfeuerwaffen nutzen würde davon mal ganz abgesehen warum nicht warum denn nicht so was haben wir hier Sexmeister Spitzgeschosse für Pistolen dann hätte ich so was gerne für meinen Bogen das ist ein Bonus-IP in dem sie Kopftreffer lautlose Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich verketten okay okay ähm äh äh mh der nähe und finden sie ihren offenthaltsort exotische tiere immer die doppelschuss während sie mit vollständig gespanntem bogen zoomen können sie mehrere ziele anvisieren indem sie für eine kurze zeit auf sie zielen nach dem auslösen treffen die pfeile mehrere feinde gleichzeitig rote zielsymbole zeigen anvisierte ziele an und die position der markierung gibt aufschluss darüber wo die schüsse treffen werden entweder körper oder kopf okay das klingt doch gar nicht mal schlecht das klingt doch gar nicht mal schlecht so ich werde mal noch ein lager weiter zurückgehen denn da war noch mit für die ich in dietrich brauche und da will ich durch ist ja zum glück nicht so weit weg nur da kommen wir halt zu fuß tatsächlich nicht hin ach ja diese ladezeiten ladezeiten sind doch immer was tolles wenn man weiß wie man sie am besten überbrücken kann so ok ok moment was hier Ah, warte, warte. ich bin gerade verwirrt ich bin gerade verwirrt was war das hier wenn es sich auch hier gewesen sein da mich gehen wir mal dahin zurück ich weiß es nicht soweit hinter uns aber mehr weiß ich auch nicht mehr so ich denke das war hier denke das war am ebsten zumindest noch hier ab dann bist du das übersehen gehabt ich gerade feststelle aber das ist ja nicht weiter schlimm natürlich und dann irgendwo hier irgendwo hier in dieser anlage war es auch mann wo waren dies und welchen freut worden die es nur sauerei Okay. So. Hier war es. Okay, hätte ich also doch von einem anderen. Egal. 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 Egal.